Wisst ihr, was das wirklich aufregt? Bilateral Symmetrie. Menschen sind zu Menschen, deren Körper und Gesicht sind die gleiche an beiden Seiten. Wie geht's? Anybody? Hä? Wie soll ich mir das denn vorstellen? Oh shit, äh, gar nichts, ich, äh, äh. Ne, da war irgendwer, der hat mit irgend so einem Random gespielt, hat mich so eingeladen und ich so, ja Flo, äh, keine Ahnung, und dann der so, ja, dann lass mal Flex spielen. Ich so, ja, Flex ist Müll. Flex ist Müll. Doch, doch, doch. Das war ich. Warum, 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 warum. Flex ist übel scheiße, deshalb. Ja, was war das für ein Lappen? Ja, erstens, was war das für ein Lappen mit dem du gespielt hast? Schweizer. Schweizer sind Lappen. Ist man nicht passt oder muss da nicht online? Stimmt. Na doch, ist online, er ist online. Aber der auch, der schreibt man nicht zurück. Entschuldigt, schreibt der nicht zurück, dass ist das irgendein Kraftpratzen-Typ, der sein Passport hat. Also Flo, du bist nicht so, der gerade online ist? Mmm, das bin ich, ich erinnere gerade mein Passwort. Wahrscheinlich kauft er die gerade irgendeine Seite, dein BP. Und mein Tausend BP, die ich so kaufe kann. Ja, so, wow. Und verkauft deine ganzen Guten Champions. So, ich habe ja, ich habe mein Passwort geändert. der schützt die kurze man kann sogar einen schwanz im Mund nehmen er wird jetzt auch nicht wirklich ne dann ist es gerade auch online ne dann ist es nicht online es sei denn ich hab den Kontakt nicht mehr und er mich gelöscht hat, das kann ich nachvollziehen ich log mich gerade ein, ach so was ich hab fast fast angegeben Passwort enden dann erstmal das alte Passwort eingeben Logging on keine Hundeburg so hi wieder da ich kann dich immer noch nicht einladen nein ich kann dich einfach nicht einladen weil ich keine Scheißrechte hab wir können ja auch nur die Brust machen wenn ich irgendetwas, wenn ich irgendetwas, wenn ich irgendetwas, wenn ich irgendetwas den Link schickt mit Likoblade ist Free Skins und du dich anmelden musst, tu es nicht, der Typ geht auf deinen Account und schalt anderen Leuten den Link Wie behindert bist du auch? Ja mich hat auch jemand da Warum hast du sowas gemacht? Ha 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 habe ich dich auch dann... Aber wahrscheinlich hat der Florent sich halt angemeldet weil, guck, 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 ich schick dann das hier und dann kriegst du drauf und melde dich an und dann... Jünger, allein der Link sieht schon... Da ist nicht mal ein S hinten dran an dem HTTP Ist es der HTTP, Doppelpunkt, Doppelslash, League und 17.co? Ja! Okay, ich block dann jetzt erstmal Corucio Nein, 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 das hat... Oh, Mann! Der Typ, der dir das geschickt hat, der hat das wahrscheinlich von einem Account geschickt, den er auch schon geklaut, also... Ach so! Vielleicht ist das sogar ein automatisches Skript, das es einfach komplett automatisch weiterschickt Kann ich mir gut vorstellen Wahrscheinlich hat Flo... Guck mal in deine Chats, Flo Vielleicht hat der dir das gerade schon so 10 Leuten geschickt Ja, 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 ja... Wir schreiben gerade alle an... Ja, wow, Idiot, Junge... Hat der schon nicht alle angeschrieben, gell? Ja... Hat er das angeschrieben... Einfach komplett den Bot durchlaufen lassen Ja, das ist ein Skript da... Ja, er hat nicht alle angeschrieben, aber er hatte... Anonymous und Akizogen und so angeschrieben Wunderbar, der hatte keine Zeit, leider... Das ist... Das ist ein Skript, würde ich behaupten Wir... Ich glaube, das ist ein Ding... Wir haben das wahrscheinlich gerade nicht... Oh, schau, bist du nicht das Game?! Wir sind immer noch nicht in der scheiß Queue?! Wahrscheinlich hat er aber gerade... JOSEPH! Turning on the swag Wir haben ein Random und der darf bannen, what the fuck Es gibt zwei Games, in dem ersten Game musst du pushen Und in dem zweiten Game musst du verteidigen Also spielt man gegen Bots Nein, du spielst gegen Random, auch gegen... Woher weiß ich dann, dass ich 100% als erstes angreife, Tom? Das weißt du nicht Ja, du hast aber gerade gesagt, als... In dem ersten Game greifst du an und im zweiten verteidigst du Ja, du kannst auch im ersten Game verteidigen Das hast du nicht dazu gesagt! Halt die Fresse! HÜP NAAAAAAA! Maul Äh, ich hab noch keine Kredits Ja, gleich kann man die kaufen, das sind so... Ist das von Marcel Davies, Kredit? Wir müssen uns dann... Wir müssen uns dann TP'n Ja, ich dachte... Ah, guck mal Ich kann mir immer noch nix kaufen Ich kann mich noch nicht TP'n Mit der 4 auf diese Kreise Hä? Ich kann mir nix kaufen, hallo? Äh, ich drück doch 4 Ach so... Lord Äh, ich drück doch 4 Ey, man kriegt ja XP ohne Grund Wie komm... Ich kann... Ich kann nicht TP'n Ich kann mich nicht TP'n Übrigens, immer wenn ein Minion in diesen Kreis kommt... 4! Ich drücke 4! Ach Junge... Sag doch, dass es auf dem Trinket-Platz ist und nicht auf der 4! Joseph... Ha! Easy! Komplexes Champion Design, ADC in 2K17, LOL! Ich bin in der Trap gelaufen! Tschüss! Seh ich nicht ein... Ich stell mal hier ein Teleport-Pad auf, ja? Ja, dann steck mal hier hin auf... Hier, oder? Hier, oder? Ja, ich steck einfach... Also, ich stell's jetzt hier auf, ja? Siege-Ballista! Ey, ey! Kann ich backen? Ja, ich kann backen, alles! 1 v 1! Holy shit! All dein damage! Du bist aber noch nicht dran, also perfect dich! Nein, mach die Scheiße, dann lass mich das mehr! Mach... Geh drauf weg, dann mach doch was, um nein zu machen! Oh shit! Du störst grad! Ja, ich hab die irgendwann mal gemaint, die ist schon immer geil gewesen! Nee, ich weiß, die ist ja noch... Oh! Ich, ich heil mich zwar mit 150... Oh nein, ich hab kein... Ich konnte nicht W un! Oh, ich hatte nicht genug Energie für W! NOOOOO! Timo! Chill! Ne, mach, man kann nur 2 verschiedene immer! Holy fuck deleted! Aber was hätte man auch anders schon erwartet? Loll, wenn ihr... Wenn ihr im Job... Loll... Guck dir diesen damage an, das ist stupid! Guck dir jetzt mal an! Butz und Butz! Drei Autotecks werden tot! Oh, ich hab nur ein Tau hochgekommen! Oh nein, meine... Ach, die Q fliegt ja ewig, Alter! Ich weiß nicht mehr, der eine Dürmer... Ho! Ich hab sie komplett aus dem Leben gefetzt! Oh, oh, damn! Loll, da kann die damage... Hab sie noch! Ach, verdammt! So... Ich hab wieder einfach 3 Leute so easy killt, so... Ey! Ich bin halt gut mit der Kali, okay? Es geht! Ich hab die gerade... Jungs, greift doch mal die Scheiße an! Ihr könnt finishen! Der ist so... Der ist dann nochmal durch wie so ein behindertes Stück Scheiße! Hier geht's um Zeit! Hier geht's nicht um das Schuss, Leute! Hier geht's wirklich um Zeit! Ja, es geht 100% um Zeit! Mmmh... Weshalb lohnt sich es nicht, da auch noch rumzugammeln und durchzudaschen? Zu schlagende Zeit 1336... Oh, shit! Yasu benutzt seine Windwall irgendwann doch nochmal heute! Lol, dein Damage! Lol! Ey! Jungs, habt ihr gerade gesehen? Ey, ich will immer noch ein Widlane APSSS in, ne? Ja, okay, die muss Damage-Gab mit sich auch sehen lassen! Habt ihr das gerade gesehen? Was haben die für einen Baron-Buff? Das ist immer so, man kann es auch schnell backen! Jungs? Hab ihn! Der ist einfach sozusagen so Redemption-Style! Ach, ich bin Level 13! Warum sag mir das nochmal? Oh, oh, ist das aller... Ja! Boah, Junge! Boah, Junge! Boah, Junge! Boah, Junge! 1.400 Damage-Caitlin-Autotext! Holy shit, Gangplank! Boah, Junge! Ja, wir haben gewonnen! Ja, easy, Junge! Easy, Junge! Alter, wir sind so... Damn, Son! Where did you find this? Wir sind next to siege mains, okay? Boah, Alter! Easy! First try to win! Geht ja gar nicht besser praktisch! Easy! Unsere Kräfte vereinen! Was eigentlich? Wenn die jetzt gewonnen hätten, dann wär's unentschieden oder was? Ich hab locker am meisten damage! Ich hab 30 kills gemacht! Ja, natürlich, Junge! 40k, Junge! Holy shit! Ich würd eigentlich gern mal einen einfachen fullen... Meine Fresse, Hüte nervig! Was denn? Jedes Mal ist immer der fünfte Mann, der da irgendwie bannen darf! Ach so! Ja, sorry! Danach... Weißt du, was auch dumm ist? Ich wollte Yasuo spielen, aber man kann keine Champions deklären! Ey, wenn ich jetzt noch mal lieber kriech, dann zahle ich nur in Wasser. Aber ich bin halt schon zweimal geliebt! Ja, also ich sitz den nicht mit dir ab 4! Ich will euch das jetzt nicht! Ich bin doch fett genug! Ich bin doch fett genug! Ich bin doch fett genug! Mach da oben gesagt! Ey, schneid es nicht raus! Das muss drin bleiben! Wenn das nicht im Video ist, dann anzuprobig! Geh, ich will... Hier, und das ist der letzte Siege! Ich weiß nicht, wie es ist! Ey, das ist kalt! Wie viel? Hahaha! Wie viel ist genug? Genug! Wie viel? Ich geh sag's dir morgen! Ich geh sag's dir morgen! Sag's dir morgen, bitte! Kann ich auch sagen! Hier sag ich dir morgen! Und dann... Alter! Du hast dir gesagt, du kannst dich mal rein! Nimm dich mal rein! Ich kann jetzt, ich liebe! Ich bin heute schon zweimal geliebt! Ja! Ich bin heute schon zweimal geliebt! Verstehst du mich? Loll! Guck mal, der fickt da Kali! Der Kali ist okay! Wie viel? Euro! Jungs soll ich auch noch gerade spielen! Du Euro, weil ich jetzt alte 4 3 3 4! Wie viel? Ey Leute! Nein, hör auf! Nein! Nein! Nein, halt die Fressen! Hol die erstes Geld! Nein! Dann ja! Interessiert mich! Ich bin... Nein! Tom sagt die ganze Zeit... Nein! Hör auf! Nein! Eine Runde! Nein! 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 Du bist eigentlich ne älter oder ne jüngere? Bitte! 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 Ich muss noch Euro! Da! In der... In der Dings! Okay, Bitch! Okay, Bitch! Okay! Ey! 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 Ich bin heute Morgen! Ich komme morgen wieder an! Viel Spaß machen! Du bist der Inbegriff von einer männlichen U! Hast du überhaupt nicht! Doch! Nein! Deine Meinung ist falsch! Hehehe! Nordkorea? Was hast du jetzt mit Nordkorea? Da ist ja keine Meinungsunterdrücken, ne? Also drei Meinungen... War das nicht die Türkei? Deine Meinung ist falsch! In Nordkorea aber schon oder was? Ich meine, deswegen gibt es irgendwie nur drei Kamele oder so... Es gibt drei nordkoreische Kamele, soviel? Mhm! Kamele... Ich habe Kamele gesagt, du Spaß! Hm? Wollte ich auch gerade sagen, drei Kamele in Nordkorea, okay! Was haben die da verloren? Du siehst mich ja nicht mal, Alter! Ich sehe so cool aus, gerade! Ey! Du siehst mich ja mal schriebelt, die Splitpush Champions und wir haben sowas wie Kartus und Ariel! Da krieg ich auch nur so richtig... Ich hab Jacks! Lol, der Fresh hat Thunderlords! Oh mein Gott! Diese scheiße Rakete! Ich geh weg, Junge! Fuck you, Vega! Yosef, hast du Vegas Leben gesehen! Seriously?! Was war das für jegliche Scheiße? Lol, what? Was geht, weil ich ja... Er hat sofort ein Double-Gel gewonnen! Er war wie? Mit Skill oder mit Gragas? Nee, ich hab den Vega auf Solo gemacht, dass er mit einem Auto-Tag stirbt und dann hat du das ein Double-Gel geholt. Dumm und Bullshit! Oh shit, ich bin tot! Aber das war ein Mist-Play! Mach du, ich brauche mal Fresh zu viel Auto-Tag-Damage! Alter, hab ich das scheiße gespielt! Warte mal, ich brauche mal so eine Obliberator, fällt mir grad auf! Ich brauche mal Fresh zu viel Damage! Lol! Alter, das war das Max-Range-Q von Yasuo! Ich durfte es sehen! Fuck you! Oh ne, sie hat nen Lucky-Crit gehabt! Holy shit, ein Crit! Guck mal, wo ich mich hinterpehen kann! Hast du dir so nen Port-Pad geholt? Jaaaa! Ey, in-hit! In-hit! Die Ari hat grad, äh, äh, ähm... Holy shit, die Ari hat grad an nem hochgeworfenen Target von mir ihren Q gemisst! Jaaaa! Ees, ihr habt ja das gesehen! Bei 10, 46! Das war, glaub ich, besser als unsere letzte Runde, oder? Was für Ees, Junge! Das war gut! Das war zwar Ees an sich, aber... Das Team Roffel! Wir, die hatten nen Heimer-Dinger? Wann? Top-Play! Der war die ganze Zeit auf der Top-Lane! Top-Lane ist eine Insel! Merkst du? Der hat nix gemacht! Und flamed sein Team! Doch, der hat die ganze Zeit gepusht! Durch den kam die ganze Zeit der Vernichter! Da kam zwei Mal der Scheiß-Vernichter! Ja! Der hat, ich hab den nicht einmal gesehen in dem ganzen Game! Der hat halt nicht gut gepusht! Der hat nix gemacht, meiner Meinung nach Heidelberg! Du hörst! Zum verteidigenden Team! You don't say! Ey, warte mal! Warte, warte, warte! 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 Ich will direkt dominant wirken! Warte! 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 Ja, wir haben hier grad richtig was reinbekommen! Brrrrrrrrrr! Loll! Die Ari ist auf einmal ziemlich gut geworden! Letztes Game war so ziemlich stolz! Dumm! Und deswegen, weil sie dumm sind, wo ich jetzt nicht das tue! Weil ich muss ja counterpushen, ne? Halb! Als ob! Sie ist, sie macht ihren W, wird hochgenockt und der W wird einfach nicht abgebrochen! Warum? So Sachen, wie der scheiß Garen Queue werden abgebrochen! Aber dann das nicht! Mach doch die ganze Scheiße hier gut! Ja, das war voll geil, dieses Flash-Tick! Warte mal, warte mal! Ein kurzes Erlebnis, aber ein geiles Erlebnis! Siehst du das? Ich kann mich hier hinterziehen! Obwohl man sich sterben könnte! Nein! Oh mein Gott, war das schlecht! You can't get away from me, bitch! Wuuuh! Don't even waste, Ulder! Ja, Vernichter! Haha! Wir haben die ganze Zeit nur abgelehnte Böbeln, Vernichter hier machen können, oder? Stimmt's? Stimmt's? Äh, ja, klar! Wir haben einfach nur, wir sind einfach nur ein bisschen rumgeranscht und dann sind wir uns gefolgt und wir haben gewonnen! Fertig! Lol, das Warbit bestiert! Haha! Holy Shit, dieser Tor macht Damage! LOL! Ich hab Double Kill damit gemacht! Ja, wir gewinnen das! Ach, nice! Ich gewinne als fucking Adel, äh, als Apel Kragos! Easy! Ach man, der Weihnachtsmann! This Team Heimatdinger jetzt schon wieder, Alter! Dieser Heimatdinger, das kommt ja in Scheiße! Der hat nichts gemacht! Ich hab Heimatdinger nicht ein einziges Wartieses Game gesehen! Ich auch nicht, der war die ganze Zeit auf der Topland! Ich hab Müll! Ich bin grad drauf und dran, Adelulu zu spielen! Kamill? Ja, spiel mal Kamill! Die, mit der Queue kann man, die Queue kann man auch auf Autodesk spielen! Jungs, Adelulu incoming! Ziggs ist nicht gebannt, ne? Ja, dann nimm Ziggs! Aber ich kann hier gar nicht spielen! Kann ich Scanner nehmen! Ja, willst du Ziggs nehmen? Ich hab schon Lulu! Du hast eingeloggt! Ah ja, soll ich jetzt Ziggs nehmen? Ja, oder? Ja, wenn du willst! Ja, wenn du willst! Aber die werden halt auch ein Ziggs im Gegnerteam haben! Vielleicht sollte ich ein Ziggs nehmen! Ne, also wenn du, wenn du aggressiv gillst! Also wenn du angreifst, dann nimmst du einfach deine W, magst die! Und dann machst du, glaub ich, ab 35% den Tower einfach weg, ne? Aber ich würde einem liebsten Yasuo nehmen, ne? Dann nimm halt Yasuo, Junge! Ja, wir wollen nicht rum! Ich nimm die Diggs! Alter, ich mach Damage! Lol! Können wir Lopeln! Warte mal, ich hab noch so ne Bliverade unterwegs! Finne ich noch! Au! Kann der das reaktivieren? Nein, ich glaub schon, scheiße! Bist du bitte! Also wenn die, wenn die das nicht schaffen, von der Zeit her, dann sind die echt scheiße! Wie schwer war dir so ein Ziggs halt? Ja, wir haben's geschafft! Ja, wir haben's geschafft! Okay! Das könnte jetzt, das könnte schwierig werden, die Runde! Merkt euch meine... Zwei Minuten könnten noch echt ein bisschen, eine sehr lange Zeit werden! Verdammt! Ja, wir haben verloren! Aber wir haben die anderen zwei gewonnen! Und das war ja auch nicht, also wir hätten, wir hätten aber... Also, ich hab letztes Jahr einfach ein bisschen hart reingeschossen! Ja, B hab ich noch bekommen! 13, 17 war ganz schön so wert! Wer hat da so gefühlt? Ich hatte schon wieder Most Damage! Ich hatte 19 Kills! So stupid! Warum hatte ich 19 Kills? Also, ich hatte mehr Schaden, als der Sieben! Wow! Glückwunsch! Die Pride of Me! Das war's mit einer weiteren Runde! Äh... Wie heißt der Schwiermodus? Exist Siege! Nexus-Belagerung! Ich denke mal... Wir waren ziemlich Scheiße! Wir waren ziemlich Bombenstimmung! Also, wenn ihr... Wenn ihr... Keine Ahnung oder so... Wir sehen uns auch... Bis durch! Tschüss! 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 Schmalen! Tschüss! Tschüss! Tschüss!